Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Murder Mayhem Misanthropy von Daniel Gunn und Upon Off in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Murder Mayhem Misanthropy, das ganze aus dem Jahr 2018. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern und zwar habe ich bereits ein Bundle zu diesem Release vorgestellt. Es war damals zu diesem Release hier, also das Album, allerdings damals in seinem DVD Case als CD. Und jetzt vor kurzer Zeit, also wirklich mehr oder weniger druckfrisch, kam eine Vinyl auf den Markt in sehr sehr stark limitierter Auflage. Ich bin froh, dass ich noch eine bekommen habe, denn mittlerweile, ich wollte euch das ganze heute verlinken in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung, so wie immer. Allerdings ist die Vinyl mittlerweile ausverkauft. Naja, ich werde euch trotzdem den Shop zumindest verlinken, dann könnt ihr vielleicht das Album regulär oder vielleicht Bundles oder andere Sachen dort erwerben. Gut, wir schauen uns das ganze mal an. Wir haben hier eine Vinyl Edition, die hier in einer Folie eingeschweißt ist. Wir werden das ganze mal aus der Folie holen. Hier ist schon ein kleines Stück geöffnet. Am besten wahrscheinlich wir schneiden hier weiter auf. Jetzt werden mich wieder einige Vinyl Liebhaber dafür hassen, dass ich diese Folie jetzt irgendwie zerstört habe und nicht irgendwie das Ganze in einer Folie belassen habe. Allerdings, ich habe selbst jede Menge solcher Folien. Das heißt, ich werde das dann umsiedeln in eine neue Hülle. So, dann schauen wir mal, dass wir das oben auch noch aufkriegen, ohne es zu zerstören. Jawohl. Also, wir haben hier das Cover, das Identis mit dem Cover von damals, also mit dem DVD bzw. dem Album Cover. Und zwar haben wir so ein Split Cover aus mehreren Elementen. Wir haben hier jede Menge Szenen dargestellt, also unter anderem hier eine Schusswaffe, eine Frau, die hier am Galgen bzw. am Strick hängt, ein Hand mit einem Messer oder einem Dolch in der Hand. Ziemlich wilde Szenen und es passt natürlich auch zum Album Titel, denn Murder, Mayhem, Mithentropy, ich habe es ja damals schon erklärt, heißt ungefähr so viel wie Mord, Wahnsinn und Mithentropy, Mithentropy, Menschenhass, Menschenabneigung gegenüber Menschen, sagen wir es mal so. Also, die Motive durchaus passend zu dem Album Titel. Auf der Rückseite haben wir dann hier auch nochmal stehen, Daniel Gunn und Upon Off. Also, das sind die beiden Interpreten. Murder, Mayhem, Mithentropy. Und dann haben wir hier die neuen Tracks aufgelistet. Wir haben hier Features von D.A.R., Reverend Fang Gorey, Insane Poetry, Punch Arroganz, Rough Kid und Vocals. Acht Tracks plus ein Neunter, der hier ein Bonus Track ist. Also, wie gesagt, neun Tracks sind hier drauf. Dann haben wir hier unten noch die Infos. Wer hat produziert, gemixt, gemastert bzw. co-produziert. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine weiße Hülle. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob hier noch was weiteres drin ist. Nein, okay. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine weiße Hülle, die hier auch noch beschriftet wurde. Also, das ist irgendwie ein interessanter Code. Ich denke mal, das ist irgendwie im Zusammenhang mit der Logistik oder mit der Produktion. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fange mit diesem Code jetzt nicht viel an. Falls ihr da mehr wisst, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, ist eine klassische Vinylhülle. Hier innen auch noch mit Folie verkleidet. Und dann kommen wir zur Vinyl an sich. Die ist klassisch in schwarz gehalten. Hier in der Mitte haben wir dann das Ganze in weiß, schwarz und rot beschriftet. Also, wir lesen dann auch wieder Interpreten plus Albumtitel, A-Seite und dann natürlich die Tracks. Wir haben hier vier Tracks auf der A-Seite, auch die Features vermerkt. Und dann haben wir hier auf der Rückseite noch die B-Seite. Und hier haben wir dann die restlichen fünf Cracks nicht verwirren lassen von diesem 2018. Wie gesagt, die Vinyl ist ganz frisch rausgekommen. Allerdings, das Album ist wie gesagt aus dem Jahr 2018. Und dementsprechend lesen wir das auch hier. Gut, das war es soweit. Wir packen die Vinyl mal wieder in die Hülle. Ich weiß jetzt die Gesamtauflage der Vinyl nicht, aber es dürfte echt sehr, sehr limitiert sein, das Ganze. Und wie gesagt, ist auch mittlerweile schon vergriffen. Sie wird zwar noch im Shop gelistet und ist auch dort noch anzuklicken, aber ich glaube, es steht irgendwie out of stock. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr zu haben. Jawohl, also, das alles, diese wunderbare Vinyl mit A- und B-Seite, gibt es in dieser Vinyl Edition von Murder, Mayhem, Mythentropy von Daniel Gunn und Upon Oath. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Daniel Gunn und Upon Oath unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.